hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute zusammen mit bf stuttgart heute sollte eigentlich eine neue folge ff felsbund kommen mit schick zusammen betonen sollte aber da youtube die folge gelöscht hat unkompetenz ist am start und ich die auf meinem pc auch nicht mehr ab muss ich jetzt leider ein ersatz video drehen aber auf dem kanal von schizza kommt das video trotzdem online in diesem ersatz video stelle ich einfach mal kurz hier den mercedes mann sprinter als tsf vor aus dem jahr 2005 funktion hat schon funktionen licht blinker umfeldbeleuchtung blaulicht dazu soll gesagt sein nicht wundern die kabine sind etwas komisch aus aber das sind ja schon alle lesen können und ist auch in verbindung mit zukünftigen projekten sprachfühler patient ist auf jeden fall da ja wir wollen auf jeden fall noch schauen dass wir auf die rolltore oder wie auch mal die heißen kann man sehen lassen animieren kann sprich öffnen dass er dann 3d ausbaut ist und so aber ich denke das liegt zum glück nicht an mir bis das fertig ist wir können uns noch mal den hochqualitativen innenraum angucken wo man durch die dichtung der fenster durch schauen kann wie gesagt das ist nicht final das ist unsere top qualität da haben wir so andere kandidaten die uns dann beziehungsweise unser volvo pack zum bleistift was sie noch nicht gesehen hat bis auf instagram alle folgen es ist auf jeden fall nicht final da kommt noch mehr weil es eher so mehr als zeigt man mal testversion also noch beta wie man auf jeden fall sieht das einiges und point nämlich nichts auf jeden fall hier vorne der mercedes-benz stern einfach die textur von dem stoff der sitze ja gut wenn man beim opfen so oft dann kommt ja was kann man dazu noch sagen eigentlich nichts wie gesagt nicht fertig hängt auch mit weiteren projekten zusammen und updates da auch noch passieren von dem her kommt da schon noch in zukunft mehr zu diesem fahrzeug und zu diesem konzept genau und dann würde ich sagen guckt euch das video bei die tag an lasst alle ein like da und falls ihr neu bei uns seid ein abo und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss